Wir alle haben Geheimnisse. Blockbuster am Freitag. Mein Vater hatte viele Geheimnisse, Peter. Und wo ist er? Wenn du die Wahrheit willst, Peter, komm und hol sie dir. Ich muss ihn aufheißen. Es ist nicht deine Aufgabe. Vielleicht auch kommenden Freitag. Es ist deine Verantwortung, weil ich ihn erschaffen habe. Stellt einen Superheld. Ich habe keinen Zeit, mich aufzuhalten, Peter. Deine Welt auf den Kopf. Emma Stone, Andrew Garfield. The Amazing Spider-Man. Freitag, 20.15 Uhr. Pro 7.